Hallo? Hallo? Bleibt doch stehen! Wir können doch zusammenarbeiten. Lass uns doch zusammenarbeiten. Aber nee, die Person rennt einfach nur weg. Wer ist denn da? Hallo? Wer ist sie denn? Hey! Wo kommst du denn her? Ist okay. Ich tu dir nichts, versprochen. Wer bist du? Kann ich dir helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Na komm. Du brauchst Hilfe. Warum brauch ich denn Hilfe? Es tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Wieso? Ja? Warum? Er ist genau hinter dir! Wer denn? Läufe, bist du? Oh mein Gott. Dein Ernst? Okay. Jetzt hab ich ein Problem. Das glaub ich einfach nicht. Mit diesem Freak lässt du dich weg. Geh! 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 Schnell die Pistole wechseln! Nachladen! Geh! 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 Nein! Lass mich in Ruhe! Hört das weh? Lass wohnen Fick! Du spielst in Ruhe! Du bist in Ruhe! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Mach nicht so! Mach nicht so! Okay, warte, warte, warte! Lass mich ganz kurz! Leck mich am Arsch! Wo bist du denn? Hallo! Tschüss! Ja, das frag ich mich auch gerade. Wir sind überall Sackgäste! Das find ich nicht gut! Ich glaub schon! Alter, hast du mir gerade einen Scheitel gezogen, oder? So! Auf geht's! Warte, wer, 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 wer war das Kind? Okay, du bist auf jeden Fall Hunde? Oh, Kacke! Und, wo ist das Kind jetzt? Oh Gott! Ah, er ist weg! Erstmal, fürs erst! Wir werden ihn bestimmt irgendwann nochmal wiedersehen. Leider. Aber... Wer war dieses Kind? Hey! Kleine! Es ist vorbei! Komm raus! Alles okay! Er ist weg! Ganz sicher? Ja! Versprochen! Genau! Du musst nur die Leiter für mich runterlassen! Und dann? Suchst du mit mir meine Mom? Oh Gott! Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon! Oh Gott! Ich hoffe es! Puh! Mäuschen! Das... Wird nicht gut gehen! Na klar! Ich helfe dir! Ja... Ich helfe dir, aber ich... verspreche dir nichts... dass wir da irgendwas finden. Aber gut! Sie hat uns erstmal auf jeden Fall die Leiter runtergelassen. Dann gucken wir erstmal... Wer bist du denn überhaupt? Wie hast du es überhaupt geschafft, hier unten zu lange zu überleben? Mal ganz ehrlich! Er bewegt sich nicht! Sagt wer... Ja, süße... So kann es gehen! Okay... Umbrella! Das... riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig! Ich sehe sie nicht so oft! Sie ist eine Wissenschaftlerin? Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder! Und... wo ist dein Dad? Ja... Er... mh... arbeitet mit meiner Mom, aber... er ist weg! Okay... Wie er ist weg? Achso... Das ist nicht schön! Meine Eltern sind beide nicht mehr da! Hab nur noch meinen Bruder! Das ist auch nicht schön! Oh... Tut mir leid! Brauchst ihr nicht! Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und... Ist doch was Gutes, nicht? Ja... Also... Ja... Kann man... Man kann das auch so sehen! Ja... Gut! Gehen wir mal weiter! Also jetzt haben wir aber die kleine Marken die ganze Zeit im Schleppdor! Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schiss! Dass uns jetzt irgendwas passiert! Äh... Wo die kleine Maus... Wo wir die kleine Maus verlieren! Ich muss sie jetzt natürlich auch noch separat beschützen! Also... Gehe ich jetzt mal von aus! Oder? Also... Ich hoffe nicht, dass die irgendwie Schaden... Nimmt! Aber das werden wir ja dann gleich sehen! Ob... Oder ob nicht! Hier! Komm schon! Da drüben! Wie war's da drüben? Ist da drüben? Ja, da drüben ist ein Tor! Aber da können wir bestimmt noch nicht... Da können wir bestimmt noch raus! Es ist Joe! Ja! Hier irgendwie... Ja, da fehlt uns natürlich die Parkkarte! Verdammt! Geht nicht ohne Karte! Ja! Komm schon! Hilf doch mal! Was soll sie denn bitte machen? Hier jetzt zusammen... Dieses schwere Tor... Irgendwie... Öffnen können! Beispielsweise anheben! Also... Und es geht sicher hier lang! So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen! Sherry? Wo war's denn jetzt los? Ich hab überall nach dir gesucht, Sherry! Ah! Tapfere Kleine! Bist einfach raus! Inmitten von diesem Chaos! Wer bist du denn? Auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Das meinen sie nicht ernst! Was ist mit ihm verkehrt? Auf den Boden! Jetzt! Freundchen! Sherry? Küssle ihre Hände! Wieso tun sie das? Tu es! Was? Okay, dann... Du behorchst mir jetzt? Oder sie ist tot! Genau! Die kleine Maus auch noch so einschüchtern! Wird's nämlich... Alter! Was ist er denn für ein Typ? Was soll dieser Mist? Kindswohlbeferdung fürs Erste! Was? Ist das jetzt eigentlich ne Ausrede oder was? Komm her! Was wollen sie mit ihr? Geh dich überhaupt nichts an! Wenn sie ihr will, tu mich schwör! Ich hol' meinen Bruder von Starz und wir... Alter! So, hierher sag ich! Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire! Sherry? Du kommst jetzt mit mir? Oder sagst du dir wohl zu Claire? Okay, okay! Ich geb! Sie bringen mich besser zu meiner Mom! Natürlich! König Stopp! Er lügt dich an! Ah! Stopp! Hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job! Stopp! Was ist denn dein Job? Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Was hat sie denn jetzt freien gelassen? Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Erst die Karte! Und dann bekommt das Arschloch, was er verdient! Ja! Sie ist, äh... Ja! Vor allen Dingen, von wo ist denn der Typ gekommen? Der Typ kam bestimmt von hier! Hat er sich hier eingebunkert, oder war das mit ihm verkehrt? Er, Miss Kellis, der Polizeichef? Ach du Scheiße! Ja, das... Dies kann doch nicht gut ausgehen. Also er ist der, äh, Polizeipräsident. Oder der, der Chief. Der kleine Gangster. Wir werden uns, äh, dem aber bestimmt noch mal wiedersehen. Da... Darf er sich denn auf jeden Fall freuen. Hier... Schlemmert wer? Wahrscheinlich hier drinnen, oder? Oha! Oha! Äh... Wir gehen mal zurück. Und lassen die mal kurz alleine. Mit den Hundis. Hier kommen wir nicht durch. Sehr gut. Hier kommen wir auch nicht durch. Sehr gut. Das heißt, wir müssen zu dem Viech in den Raum. Wir müssen also dahin, wo er gerade... ...die Hunde... ...verspeist. So, das heißt... Wir hätten hier zwei Möglichkeiten. Wir könnten jetzt... Theorie 1. Wir könnten angeblich an ihm vorbei... ...ohne Geräusche zu machen. Wird schwierig. Finde ich ehrlich. Ähm, wir könnten ihm aber auch einfach eine Granate erhöhen. ... ...ins Gesicht hauen. Und uns einfach verpissen. Aber wir machen... ...versuchen jetzt mal sneaky durchzugehen. Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Haben wir sogar geschafft. Es ist, äh... ...war vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier ist was drin. Okay, cool. Das ist eine Schlüssel. Sehr nice. Hör zu denn hier. Alter. Wie viel die aber auch fressen. Guck mal, wie viel Schuss der schon... ...von mir gedrückt bekommen hat. Der lebt immer noch. Der Wichser. Was war jetzt hier so wichtig? Was wir gefunden haben... ...was uns weiterbringt. Ach ja, der Schlüssel. Lecky. Ach, und jetzt muss ich wieder an den Schichern vorbei. So, kurz nachgucken. Okay, überall ist Fuhl. Okay, an beiden komme ich jetzt nicht mehr vorbei. So viel safe. Okay, den ersten haben wir getötet bekommen. Den Zweck... ...hoff ich jetzt auch? Ein. LOL! Oh nein! Okay. Der hat jetzt, äh... ...ne böse Granate gefressen. Und wir müssen uns ganz böse gegen heilen. Okay, krasse, 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 krasse Action. Und irgendwie hört sich das noch nicht so safe an, dass wir hier wirklich safe sind. Das bin ich ehrlich. LOL! Was machst du denn auf einmal her? Oh! 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 Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ich habe keine Munition mehr! Deswegen lasst mich bitte in Ruhe! Also... Oh! Oh! Munition. Wird das Spiel? Trippy. Aber. So spiele ich halt. Ohne Munition wird das Ding hier durchgerocket. Was ist das hier? Oh yeah. Wie hier. Sehr nice. Ein paar Zusatzteile. Das gefällt mir. War das dann jetzt hier? Ah, wir haben den Fahrstuhl aufgemacht. Okay. Jetzt ist aber noch die große Frage der Fragen. Klar habe ich jetzt die Sachen alle soweit gefunden. Aber ich bräuchte mal so einen Safe-Point. Weil ich glaube, ich habe nämlich noch Zuhörteile gefunden. Und dazu wäre eine Kiste ganz geil. Wo sind wir denn hier? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Hey, was ist denn wie das? Das ist im Chefbüro. Okay.